Ich bin die fünfte Generation bei der Bäckerei Cafési. Meine Mama hat noch ganz klein angefangen als Dorfbäcker. Über die Jahre hat sie dann angesammelt zwei Filialen in den Ortschaften. In allen drei Standorten sind wir Nahversorger. Wir haben auch drei Konditoren angestellt und sonst konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Heirigenbetrieb. Obwohl wir ein Handwerksberuf sind, haben wir natürlich viele Geräte im Einsatz, Kühlungen, Öfen, Maschinen, die uns das Arbeiten ein wenig erleichtern. Da sind auf jeden Fall die größten Risiken, weil wir sehr abhängig sind von diesen Geräten. Bei den Öfen, die rennen so sechs bis zehn Stunden am Tag auf über 200 Grad meistens. Wenn da mal was passiert, dann will man auf jeden Fall versichert sein. Unser Kundenberater bei der Helvetia ist sehr engagiert. Das Preis-Leistungs-Verhältnis hat einfach gestimmt. Das war wichtig, freundlich und mehr braucht man bei einer Versicherung nicht.